Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video. Heute mal wieder Memory PC und zwar mit dem CHW Core NV Edition. Hier sind nur die technischen Specs für 1499 Euro. Für die, die das jetzt nicht einordnen können, CHW bedeutet Credible Hardware. Der ist relativ neu auf YouTube, der ist seit ca. 3 Monaten aktiv, hat jetzt aber schon eine Partnerschaft mit Memory PC gekriegt. Keine Ahnung, wie das so schnell passieren konnte, aber so ist es halt. Und hier sieht man es auch noch mal, das ist sein Kanal, den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und das war auch hier das erste Video von vor drei Monaten. Da hat er sich die PCs von Hardware Deals, Kreativec und Sensili angeschaut. So hundertprozentig fair war es nicht, weil unter anderem der von Kreativec 8 Monate alt war der PC, da waren die Preise auch noch ganz anders. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte euch nur mal zeigen, dass ihr wisst, wer Credible Hardware ist. Und der hat jetzt halt hier die Partnerschaft mit Memory PC. Ich persönlich hätte mir einen anderen ausgesucht, aber das muss er selber wissen. Die Hardware, die er hier verbauen lässt, das läuft ja bei Memory PC, dass die das dann einfach nur bauen, er stellt die zusammen und die bauen das. Ist einfach so, dass er sich die Sachen selber aussuchen kann. Also der kann jetzt sagen, wenn ihr dieses Mainboard nicht im Portfolio habt, dann nehmt das bitte rein, weil das soll in meine PCs reinwandern. So hat er es zumindest erklärt in einem seiner Videos und dann schauen wir uns die Kisten jetzt mal an. Beziehungsweise er hat mehrere. Wir gucken uns mal eine an in so einem Preisbereich, der für viele interessant ist. Wenn wir uns direkt das Bild anschauen, wissen wir, es ist Fake. Hier ist ein MSI Netzteil verbaut. Das ist so nicht drin. Das Gehäuse stimmt. Ja, das passt. Hier sind Schläuche einer Wasserkühlung, die so auch nicht verbaut ist. Dann haben wir hier voll bestückten RAM. Das könnte vielleicht sogar der Corsa Vengeance sein. Hier ist eine MSI Wasserkühlung drin. Eine 240er, wie eben schon gesagt, ist auch nicht verbaut. Die Grafikkarte ist eine TUF, die lässt den Arsch hängen. Weiß ich nicht, ob sie die TUF da reinbauen. Und hier ist ein Tomahawk Board drin. Das ist so auch nicht verbaut. Also wenn ich Creator wäre, würde mich das fuchsen, wenn ich Systeme anbiete über einen Partner, dass die Dinge auf den Bildern falsch dargestellt werden. Weil, also, das macht weder Kreativ-Ecke noch Hardware-Deals noch sonst irgendwer. Gut, Sensili hat es eine Zeit lang auch so gemacht. Ja, aber da reden wir nicht drüber. Aber die haben zum Beispiel nur das Gehäusebild oder eben genau das System, wie es auch gebaut wird. Das hier ist total am Thema vorbei. Also seid euch sicher, das System wird nicht so aussehen. Das Gehäuse ja, der Rest nein. Kommen wir jetzt auch direkt zu den technischen Daten. Hier haben wir das Gehäuse. Das ist das MSI MPG-Sekira 100R Glasfenster. Also ich persönlich hätte ein anderes Gehäuse genommen. Und das Ding ist, ich bin ein Fan von Mesh-Front-Gehäusen. Ja, oder offene Gehäuse, die vorne wirklich dann offen sind. Hier haben wir nur diese Seitenschlitze. Er selber sagte, glaube ich, mal in einem Video, dass das nicht so viel ausmacht. Aber ich habe es getestet, zumindest in einem Deepcool-Gehäuse. Da waren die Lüfter aber auch ein bisschen näher an der Front dran. Dafür hatte die Front aber auch noch ein paar Löcher. Zwar nicht komplett, aber seitlich auch so ein bisschen. Und da war die Temperatur voll für den Arsch mit dieser Wasserkühlung. Ich weiß nicht, wie sich das hier verhält. Es kann sein, dass es funktioniert. Qualitativ ist es bestimmt gut, das Gehäuse. Das kostet ja auch ein bisschen was. Aber ich hätte ein anderes genommen. Rein von der Größe her finde ich es okay. Grafikkarte und so passt alles super rein. CPU-Kühler auch. Selbst größere CPU-Kühler passen da gut rein. Aber ich bin halt persönlich mehr so der Freund von der richtigen Mesh-Front. Zum Beispiel Schakun CH300H hat so ein schönes gelochtes Muster vorne drin. Es muss ja nicht immer so ein Gitter sein, sondern es kann ja auch irgendwie ein bisschen mit Design zu tun haben. Also ich hätte das nicht genommen. Das wird in dem System wahrscheinlich gut funktionieren. Wenn ihr da aber richtig potente Hardware reinbaut, zum Beispiel in 13900KS mit einer 4090 oder sowas. Das ist ein Extrembeispiel, ich weiß. Aber da wird das dann schon ein bisschen muckelig in der Kiste. Und das kostet 122,89€ bei MindFactory. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 5700X. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4-3200MTS. Könnt ihr auch mit 3600 oder gar 4000 betreiben. Das funktioniert. Ihr habt hier natürlich einen etwas älteren Prozessor. Die aktuelle Generation, die 7000er, läuft auch schon auf dem AM5 Sockel. Hier haben wir jetzt noch AM4. Bedeutet für euch, wollt ihr irgendwann Ryzen der 7000er Serie nutzen, funktioniert das allein mit dem Mainboard nicht mehr. Aber ansonsten ist das ein guter Prozessor. Der ist zum Zocken geeignet, zum Stream geeignet. Das ist ein bisschen abgespeckter Prozessor gegenüber dem 5800X. Übrigens hatten wir letztes Mal das Thema, TDP 65 Watt. Ich habe das jetzt eben getestet. Deswegen leuchtet auch meine Birne hier im Hintergrund. Das ist nämlich der Hardware-Rad-PC. Der hat auch den 5700X. Und dann habe ich den einmal in ganz normalen Grundeinstellungen getestet. Da war er bei 76 Watt. Und dann noch mit Overclocking über das Ryzen Master Tool war der bei 112 Watt. Aber es wurde in den Kommentaren geschrieben, dass die teilweise 142 Watt gemessen hätten. Da glaube ich nichts von. Es sei denn, ihr versucht es jetzt wirklich noch richtig hart zu übertakten. Aber bei mir war hier bei 112 Watt Schluss. Und das ist halt wichtig für euch, wegen dem CPU-Kühler, der hier verbaut ist. Da kommen wir gleich noch zu. Und der kostet 179 Euro beim Einfactory. Da wären wir auch schon beim CPU-Kühler. Das ist ein BeQuiet Piroc 2FX Tower-Kühler. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 150 Watt. Das bedeutet für euch im Umkehrschluss, selbst wenn der Prozessor unlockt ist und 112 Watt zieht, schafft der CPU-Kühler das locker. Der wird natürlich ein bisschen lauter. Ist der PC hinter mir auch geworden, weil 112 Watt sind definitiv mehr als 76 Watt. Aber der schafft das. Ich habe das auch noch mal verglichen mit den Cinebench-Ergebnissen. Also es lohnt sich nicht, den da noch irgendwie zu treten mit den ganzen Watt-Zahlen. Also wenn er sich seine 76 Watt reinschraubt, ist alles in Ordnung. Ansonsten der CPU-Kühler ist qualitativ völlig okay. Ich habe den als Non-RGB-Variante hier. Der ist jetzt hier mit RGB. Das bedeutet für euch, immerhin habt ihr ein bisschen Beleuchtung. Zwar keine Wasserkühlung, aber ein CPU-Kühler, der auch qualitativ gescheit ist. Und der kostet 42,89 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asus TUF Gaming B550+. Das hat gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden. Hier unten auch noch so eine kleine WLAN-Karte, wenn man das möchte. Hier kann man auch noch eine SSD verbauen. Hier kommt die Grafikkarte rein und die vier Erweiterungsanschlüsse könnt ihr zum Beispiel auch für eine WLAN-Karte nehmen. Oder eine Capture-Karte, USB-Erweiterungskarte, was auch immer ihr möchtet. Oder eine externe Soundkarte. Wollen auch einige manchmal haben. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit TOS-Link, zweimal USB 2.0, viermal USB 3.0. Die Onboard-Grafik könnt ihr hier sowieso nicht benutzen, weil der Prozessor einfach keine integrierte Grafik-Einheit hat. USB 3.1 ist auch noch mit am Start, USB-Typ C auch und dann haben wir hier noch einen Netzwerkanschluss. Ist ein grundsolides Board. Nicht so ein Micro-ATX-Gefuckel oder sonst irgendwas. B55-Chipsatz reicht auch völlig aus für den 5700X. Spannungswandler sind gekühlt, kann ich nicht meckern, ist okay. Und das kostet 130,09€ bei RZRTNL über Amazon Marketplace bzw. 132,35€ bei csvdirekt.de. Der Arbeitsspeicher sind 32GB DDR4 RAM, 3600MHz Corsair Vengeance LPX CL16. Grundsätzlich 32GB finde ich in dem Preisbereich auch schon mittlerweile ein Muss, weil der Speicher ist echt günstig geworden. 3600MHz ist über der Spezifikation, CL16 ist auch geil. Er hätte jetzt auch CL18er reinpacken können, hätte ich auch nicht gemeckert, aber CL16 ist echt was Feines, habt ihr hier und da noch ein paar FPS mehr. Ansonsten keine RGB-Beleuchtung, wie es auf den Bildern suggeriert wird leider. Es sind auch nur 2 anstatt 4 Riegel, was ich persönlich sogar besser finde als 4 Stück. Aber ihr habt halt wirklich 0 Beleuchtung. Und der kostet 98,32€ bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist ein NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB DLSS 3 fähig, inklusive Overwatch 2 Ultimate Battle Pass Bundle. Eher gut, das Bundle, das kostet glaube ich, boah, ich bin so ein Hardcore-Zocker, was Overwatch angeht, glaube 40€. 30 oder 40€. Könnt ihr später gerne noch reinrechnen. Ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Zocken muss man trotzdem, sonst kriegt man diese ganzen Goodies nicht, die im Battle Pass halt drin sind. Das bedeutet jetzt aber auch für euch, dass es einfach so ist, dass ihr nicht wisst, was ihr bekommt. Es kann jegliche 4070 sein. Ich nehme jetzt hier eine der günstigsten, das ist die Ghost OC von Gameward. Aber es ist relativ egal, was ihr nehmt. Die eine hat ein besseres Kühldesign, die andere ein schlechteres. Viele mögen dann noch RGB von Asus oder MSI oder sonst was. Aber grundsätzlich sind die 4070er eigentlich alle gleich. Sage ich auch immer wieder, eine gute Karte für WQHD und teilweise sogar 4K. Kommt immer ganz auf das Game an. Das, was hier limitiert, sind die 12 GB Videosprecher, vor allen Dingen in 4K. Aber sonst grundsätzlich eine super Grafikkarte. Keine Frage. Und bitte jetzt nicht verwechseln mit einer TI. Das ist die neue 4070. Die TI ist nochmal stärker, auch gerade in 4K. Wobei, da limitiert der Speicher genauso mit 12 GB. Naja. Und die kostet 627,92 bei MineFactory. Die SSD ist eine 1000 GB Western Digital WD Blue SN570. Ja, 1 TB ist noch okay. Wenn ihr mehr Speicher braucht, dann konfiguriert es euch auf jeden Fall noch mit da rein. Mit 1 TB kommt man erstmal klar. Ich persönlich würde auf mindestens 2 TB gehen. Inwieweit das realisierbar ist bei 1500 Euro, was der ganze PC kostet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat die eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde und sie hat TLC Speicher. Ist für den normalen Gamer eigentlich nicht wichtig, aber ich sag's jetzt dabei, weil das was Gutes ist. Ist halt eine stinknormale PCI Express 3.0 SSD. Passt. Und die kostet 52,61 Euro bei MineFactory. Das Netzteil ist ein Big Quiet Pure Power 12M 750 Watt Vollmodular 80 plus Gold. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und eben Vollmodular. 750 Watt reicht ganz dicke für das System aus. Modularität ist geil, fliegen euch die Kabel nicht im Gehäuse rum, die werden dann einfach mitgeliefert, die dann nicht benötigt werden, falls ihr später mal was erweitert. Das weiß ich, ihr wollt eine 2,5 Zoll Festplatte oder so reinschmeißen, dann habt ihr das Kabel im Karton, schließt es ans Netzteil an und daran dann die Festplatte. Und es hat halt eben schon den neuen ATX 3.0 Standard. Ist vor allen Dingen wichtig für die neueren Grafikkarten, gerade von Nvidia, zum Beispiel auch eine 4070 Ti oder so, die haben diesen neuen 600 Watt High Power Anschluss. Bei der 4070 gibt's verschiedene. Je nach Hersteller hat man halt dann den neuen Anschluss oder noch den alten. Ist aber egal, ist beides mit dabei bei diesem Netzteil. Aber ihr seid auf jeden Fall für die Zukunft gerüstet. Falls ihr mal eine Grafikkarte habt mit diesem neuen Stecker, ist der auf jeden Fall hier mit dabei. Und qualitativ bei 10 Jahren Herstellergarantie brauche ich auch nichts zu sagen. Ist halt be quiet. Und das kostet 107,89 Euro bei Mindfactory. Windows haben wir übrigens nicht mit dabei, dann haben wir noch 24 Monate Herstellergarantie, dann noch Norton 360 vor Gamers und dann haben wir noch dieses G-Data Internet Security mit dabei. Ja, braucht ihr alles nicht. Lasst es einfach weg. Ihr habt den Windows Defender, der reicht dicke. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.361,61 Euro. Das System soll kosten 1.499 Euro. Ja, da seid ihr auf jeden Fall, was den Zusammenbau angeht, noch günstiger als würdet ihr die Sachen jetzt bei Mindfactory kaufen und von Mindfactory für 190 Euro zusammenbauen lassen. Das System ist okay. Ist auch gut konfiguriert. Natürlich müsst ihr euch damit abfinden, dass das immer noch die ältere AMD-Variante ist. Also aufrüsten ist da nicht mehr großartig. Natürlich könnt ihr da noch ein, was weiß ich, ein 5800X3D oder ein 5900er Ryzen da reinschmeißen. Das funktioniert. Aber die 7000er-Serie halt nicht mehr. Mit DDR4, ja, kann man in dem Preisbereich auch noch gehen. Ich hätte mir persönlich DDR5 gewünscht, aber geht dann mit dem Prozessor wieder nicht. Von daher ist das eh überhaupt wie gesprungen. Und das Gehäuse, da hätte ich vielleicht ein anderes genommen. Das ist auch eine Geschmacksfrage. Aber ich persönlich bin halt eher so für so ein Mesh-Gehäuse. Und dann bin ich mal so auf den Gedanken gekommen, schaust du mal bei Hardware-Rad, was gibt es da in die Richtung so. Weil ich habe jetzt halt gerade ein Hardware-Rad-PC da hinten stehen, da dachte ich mir, guckst du mal auf die Page, was hat er preislich da anzubieten. Und hier haben wir ein ähnliches System, was 1300 Euro kostet, anstatt 1500. Wir müssen hier und da auch Abzüge machen, aber grundsätzlich von der Rechenleistung gibt es da keine großen Unterschiede. Also erstmal, ihr seht das Gehäuse, hier ist nicht irgendwie was gezeigt, was nicht drin wäre oder so. Das finde ich schon mal besser. Es hat eine Mesh-Front, so ein persönliches Ding, wisst ihr ja. Wir haben den gleichen Prozessor, wir haben eine KFA-Grafikkarte, da wisst ihr auf jeden Fall welche ihr bekommt. Auch die 4070, also von der Leistung her gleich. Das Netzteil ist natürlich nur in 600 Watt anstatt 750 Watt, ist aber ein B-Tier-Netzteil. Von daher geht das noch. Hier haben wir noch eine 1TB SSD drin, die auf jeden Fall schneller ist als die SN570. Der Arbeitsspeicher ist dafür ein bisschen langsamer, der hat CL18 anstatt CL16. 32 GB ist aber gleich geblieben. Windows ist schon mit dabei. Der Prozessor-Kühler, ja, der ist jetzt nicht so fancy wie der jetzt von BeQuiet, hat aber laut den technischen Specs sogar 30 Watt mehr TDP. Glaube ich dem Ding zwar nicht, weil ich habe das Teil dahinten stehen. Aber er ist ungefähr gleichzusetzen mit dem BeQuiet. Und die ganze Nummer dann für 200 Euro weniger. Das müsst ihr jetzt selber wissen. Wollt ihr dieses fancy Gehäuse, was ein bisschen leuchtet, mit diesem FX-Kühler, der ein bisschen leuchtet. Oder nehmt ihr dann den hier. Habt ein bisschen weniger Leistung beim RAM, aber eben von der Menge her das Gleiche und den gleichen Prozessor und eben die gleiche Grafikkarte. Ob man das Gigabyte B55 Gaming X jetzt gleichsetzen kann mit dem TUF, weiß ich nicht. Ist der gleiche Chip-Satz. Die beiden Prozessoren laufen auf jeden Fall drauf. Egal, wo ihr die draufsteckt. Das passt. Den habe ich jetzt natürlich auch noch mal bei Geizheitsdurchgejagt und da zu gucken, wie da der Aufpreis ist. Nicht wundern, die SSD stimmt hier nicht, aber der Preis stimmt. Das Problem ist einfach, diese Innovation IT-SSD gibt es bei Geizheitsdurchsatz nicht. Zumindest nicht genau die. Ich habe aber online geschaut bei den verschiedenen Händlern. Da kostet die ungefähr 56 Euro. Deswegen habe ich jetzt die hier mit reingeworfen. Dann haben wir hier den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.329,71 Euro. Und der kostet halt unter 1.300 oder genau 1.300. Scheiße auf den 1 Cent. Aber ihr seht, selbst hier ist es möglich unter Geizheitsliste zu kommen, beziehungsweise circa gleich. Ihr müsst jetzt selber wissen, wie ihr das mit diesem Windows noch rechnet. Das Windows kostete hier auch, glaube ich, 50 Euro oder so. Aber die Entscheidung überlasse ich dann euch. Beide Systeme sind völlig okay. Bei dem einen habt ihr ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger. Dafür ist da wieder was besser. Müsst ihr euch selber entscheiden. Ist auf jeden Fall beides keine Abzocke. Ist auch eine Geschmacksfrage vom Gehäuse her. Und falls Credible Hardware dieses Video sieht, und das wird er definitiv sehen, weil wir uns schon darüber unterhalten haben, was der so alles anbietet bei Memory PC. Alter, seht zu, dass diese Bilder hier rauskommen. Auch wenn da steht, Abbildungen können von der gewählten Konfiguration abweichen. Das geht nicht, sowas. Das ist einfach too much für das, was die Leute bekommen. Wir reden jetzt nicht darüber, ob der RAM leuchtet oder nicht. Aber hier ist eine Wasserkühlung drin und dieser ganze Schnickschnack. Nein, nein. Das muss nicht sein. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.